Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Angeklickt auf Miniclip.com Ich bin's DC von den Noob Gameplayern und heute spiele ich das Spiel Crash Course Football Als kleine Erklärung, Angeklickt auf Miniclip.com funktioniert folgendermaßen Ich werde unten bei Miniclip.com einer kostenlosen Spieleplattform irgendwelche Spiele wahllos anklicken und diese Spielen ohne einen Plan davon zu haben, was ich eigentlich tue Und ja, das hier ist das erste Spiel Crash Course Football Instruction brauche ich nicht Unten steht ja, was man muss Ähm, nein, ich bin... ich möchte Deutschland Gibt's für das Spiel irgendwie kein Ton? Moment, ich muss kurz gucken Wo ist der Ton hin? Ja, offensichtlich... offensichtlich gibt's kein Ton Hier, Deutschland! Auf geht's! Yay! Ah, doch, es gibt... Okay Kamera wechseln mit C, Auto wechseln mit Enter Bremsen mit Space Germany get ready to kick off Yay! Okay, wow Wenn du jetzt anfängst mir zu sagen Die C, du fährst wie eine Dreck-Sau Dann, 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 dann... Äh! Alter! Okay, ähm, die Steuerung ist... Ziemlich gewöhnungsbedürftig Um nicht zu sagen Äh, äh... Äh! Ihr habt keinerlei richtige Kontrolle Yay! Und da hab ich mein Aufbruchstor! Yay! Wow! Okay Sind das so Spiel-Frage-Zeichen? Switch to Ride Striker Also, was ich gerade gemacht hab, ich hab auf Enter gedrückt Und, ähm, so kann man sein... Äh, kann man den Wagen wechseln Was macht man eigentlich die... Äh, die bimmings ich überhaupt nicht! Gehen los! Ja, toll! Ähm... Wrong way! Äh, ne... Alter! Oh, leck doch! Und der... Aaaaaaah! Okay, 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 okay Ein Miniclips-Spiel, für das man... Skill braucht Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, äh, kann ich hier auch noch hinten wechseln, den? Nein, natürlich nicht. Okay, okay, okay. Alter, Falter. Das Auto schneller als der Ball ist zum Kotzen. Was machen wir denn nicht da? Mmh. Hol. Nimm nicht anlauf. N-n-n-m-n-n-n-n-n! Und der Ball! N-n-n-n-n-n! Geil. Geil. Aber lol was ist das für die Fälle sinnlos passiert? N�-n-n-n. immer immer sagen das war's um ja ich hoffe er euch an die wenn nicht dann nicht wenn es euch gefällt gibt ein Video einen Daumen hoch und ja man sieht sich bald wieder ich bin DC auf Wiedersehen